Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen XRP Update Video. Es ist Freitag, somit wieder Zeit für ein ausführliches XRP Video und wir stehen relativ solide da. Newstechnisch gab es wenig, es gab eher wieder ein bisschen was Negatives, nachdem wir letzte Woche die Einigung hatten, beziehungsweise es wird keine weitere Klage gegen Brad Garlinghouse und sonst wen erhoben. Also grundsätzlich positiv, daraufhin gab es wie gesagt den Pump. Wir haben einen schönen Pump gesehen, bis auf knapp 0,57 US-Dollar Cent, konnten diesen Bereich aber noch nicht halten. Und wer das Video letzte Woche gesehen hat, weiß natürlich, okay, das ist jetzt eigentlich alles so ein bisschen in der Schwebe. Wir sind genau zwischen, ich sage jetzt einfach mal gut und böse, zwischen Pump und Dump, wir sind genau dazwischen. Und das werden wir uns jetzt ein bisschen genauer angucken. Bevor wir hier doch starten, lasst ein Video trotzdem schon mal gerne ein Like da, Abonnier-Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und außerdem, heute kommt die neue Podcast-Folge auf Spotify, Deezer etc. pp. Überall online, hört euch die gerne an und lasst auch gerne ein Like da. So, und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Analyse. Wie gesagt, XRP momentan bei knapp 0,55 US-Dollar Cent. Das war der Weg, den wir letzte Woche besprochen haben. Ist im Endeffekt genauso, ja, dazugekommen. Pump in Richtung 0,58, dann die Konsolidierung hier in oder zwischen unseren zwei Widerständen. Und das ist genau dieser entscheidende Punkt. Wir schaffen es derzeit hier über dieser Range von ungefähr 0,54 US-Dollar Cent zu traden. Diese Range hat uns vorher im Endeffekt hier unten ziemlich in Schach gehalten. Wir haben wochenlang, kann man dazu schon wieder sagen, seit 17. August zwischen 0,47 und 0,54 US-Dollar getradet, weil keine wirklichen Impulse haben. Außerdem haben wir natürlich noch unseren riesigen WIC, der hier unten bei 0,42 US-Dollar Cent liegt, auch noch liegen. Und ich bleibe bei meiner Meinung, ich würde diesen Trotz des ganzen Bitcoin-Pumps, Trotz des ganzen, ja, Euphorischen, was momentan im Markt drin ist, noch nicht richtig abschreiben. Wir müssen diese Woche abwarten. Natürlich, wenn Bitcoin jetzt weiterhin konsolidiert oder weiter steigt, ist das gut für Altcoins, ist das natürlich auch gut für Ripple. Trotzdem seid noch ein bisschen auf der Hut. Akkumulieren, ja, per DCA kein Problem. Aber jetzt auf Pump hier riesige Käufe zu machen, wäre ich erst einmal noch vorsichtig, weil wir sind immer noch in einer Abwärtsphase, wir haben noch kein höheres Hoch. Und nein, Freunde, dieser WIC hier auf die knapp 0,59 ist kein höheres Hoch. Das ist nur ein WIC gewesen, wir haben kein höheres Hoch, wir hatten keinen Schlusskurs darüber. Dafür müssen wir mindestens mal hier über die 0,58 einen Daily oder sogar besser wäre es ein WIC-Close schließen. Und so weit sind wir eben noch nicht. Wir sind im 4-Stunden-Start gerade in einer schönen Konsolidierung, alles schön und gut. Wir haben aber nach unten hin auch noch eine Menge Liquidität, Pump-Liquidität zu füllen. Das heißt, einerseits unser erster Support liegt hier bei knapp 0,53 US-Dollar-Cent. Die Liquidität hier rauszuholen wäre grundsätzlich nicht verkehrt. Wir dürfen nur nicht wieder darunter schließen, weil dann wären wir im Endeffekt wieder in der Range und werden sehr, sehr wahrscheinlich wieder einen Abverkauf sehen. Das Bullische wäre jetzt, wie gesagt, wir kriegen jetzt möglicherweise diesen kleinen Dump nach unten und dann den Liquiditätsschub und schließen dann aber auch wirklich hier in diesem Bereich der 0,58, 0,59 mindestens mit 4 Stunden und dann den nächsten Pump nach oben und dann sind auch Kurse bis ungefähr 0,66 Cent drin. Also grundsätzlich ist das ganze Ding bullisch. Man muss aber auch gucken, was XRP daraus macht. News-Technisch, schauen wir uns das gerade mal an. XRP-Verfahren Anwalt erwartet Ende vom Ripple gegen SEC erst in einem Jahr. Ein Jahr ist eine lange Zeit. Hier wird davon gesprochen, weshalb sich das Prozessende noch bis den nächsten Spätsommer ziehen könnte. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und da steht auch drin, ich glaube nicht, dass es ein einziges ernsthaftes Gespräch über einen Vergleich zwischen Ripple, Brad Gerlinghaus, Chris Larsen und den SEC gegeben hat. Die SEC ist sauer und verlegen und will eine Strafe von 777 Millionen Dollar. Ich glaube trotzdem nicht, es wird ja gemunkelt, man muss bis April, also ich glaube 17. April oder so, was ist das nächste Datum, wo eine Entscheidung gefällt werden muss. Das glaube ich eher, aber ich frühestens im kommenden Spätsommer, also nochmal ein Jahr, möglicherweise, wenn dann schon ein Bullrun gestartet hat, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das ist eher Hinhaltetaktik. Für mich momentan, es sind interessante Kurse zum, ich sage jetzt mal, Akkumulieren. Da befinden wir uns aber, wie gesagt, schon seit Jahren in so einer Range. Da müssen wir jetzt nicht, ja, Hokuspokus machen, dass der Kurs im Endeffekt früher oder später mal steigen wird. Es wird so kommen. Die Frage ist nur, wann und momentan ist es Akkumulation. Ich würde trotzdem aber nicht hier jetzt auf einen massiven Pump hoffen. Wir haben einfach momentan nicht die Liquidität im Markt. Das gilt natürlich für Bitcoin, das gilt für die Altcoins und das gilt natürlich auch für XRP. Die Liquidität fehlt derzeit einfach und das ist der Punkt. Deswegen müssen wir die Chancen nutzen, die wir haben. Und XRP jetzt hier nochmal bei knapp 0,54 würde sehr, sehr gut passen, um den Pump in Richtung 0,66 zu erzeugen. Dann können wir möglicherweise über einen kleinen Trendwechsel sprechen. Grundsätzlich ja, das Problem einer ganzen Sache ist, und da werden wir jetzt nochmal ganz kurz das FIP-Level ziehen von unserem Top bis zu unserem Tief. Damit wir das mal, okay, das hat er jetzt wieder nicht gemacht. Also Tradingview manchmal ist echt eine Hausnummer. Ich verstehe das momentan nicht. So, das Problem einer ganzen Sache ist, wir befinden uns, solange wir nicht über die 0,74, 0,75 US-Dollar kommen, weiterhin in einem Abwärtstrend. Und das ist der Punkt. Wir können jetzt natürlich klar diese 0,66, diese Ineffizienzen hier oben schließen. Sollte danach aber der Druck nachlassen und Bitcoin eine Korrektur machen und ein Weekly Close nicht über 31.800 US-Dollar schaffen, dann bleibe ich weiterhin dabei. Die 41, 42 US-Dollar Cent werden weiterhin in Reichweite bleiben. Das ist erstmal zum XRP-Kurs. Mehr gibt es, wie gesagt, momentan nicht zu sagen. Ich bin hier grundsätzlich long eingestellt. Warten wir mal ab, wenn hier im Endeffekt dieser Retest erfolgt, nochmal dieser Zone bei 0,53, 58, wäre es top. Und dann muss aber auch wirklich ein bisschen Schwung hier reinkommen. Weil ansonsten ist es hier Fake-Out, volumentechnisch der erste Impuls kam, sieht ganz gut aus, aber dieses Volumen muss auch länger Bestand halten. Ansonsten gibt es bei XRP wenig zu sagen. Wie gesagt, gerne trotzdem Like da lassen, Abo da lassen und nächsten Freitag können wir uns dann zum nächsten XRP-Update-Video wieder. Ansonsten morgen früh Bitcoin-Update und ich glaube morgen auch kleines Tangen-Wallet oder Hardware-Wallet-Update. So, und dann war es das von mir. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Wie gesagt, später Podcast-Folge, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Grube joinen. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, Steck.